ja das war richtig schönes eingeschaltet habe zu anschauen mit dabei sind natürlich hallo hallo oder muss ich die auch einfach beneide ich hätte so gerne die ich bin leider die um diese die haben hier unterwegs draußen einfach so automaten stehen wo du war und kalt getränke die er holen kann du kannst dir einfach ein scheiß warm getränk in seinem automaten holen ich glaube es gibt nichts was die nicht als automaten haben es gibt sogar es gibt sogar also es gibt sogar ein restaurant also art ist eigentlich nur ein raum wo du halt mittags hingehen kannst und dein mittagessen und alles mögliche ist in in automaten also den bürger holen super rahmen und keine ahnung was du kannst dazubereiten mangas sind da auch noch die kannst du dann alle so lesen einfach während du isst das ist so absurd da brauche ich halt wirklich null also die haben auch retro-cafés oder so haben die augen sind ganz alten sachen ja das finde ich halt so geil oder dann nebenbei dann irgendwie nintendo spielen kannst ja ich wäre gern mal so ein horror-café oder was ich hatte immer so einen hier so ein horror-café da hatte kaffee kacke geschmeckt und der kuchen war nicht toll nein so nein so themäßig also ja aber ist die themäßig halt die haben halt verschiedene themen in dem café oder diese kombinien stores oft würde ich da einfach nur scheiß kaufen und das essen und davon leben okay wenn man sich diese kleinen supermärkte wo die da alles abgepackt haben wenn den dings da wo die sieben da so diese kombin kombinis meinst du ja automatisch hat man doch in deutschland hoch ja aber nicht mit diesem geilen ess nee aber kriegst du auch getränke und keine ahnung ja aber ich möchte gerne das essen ich liebe ja ich liebe halt echt asiatisches essen richtig rahmen leckere also ich würde auch gerne mal so richtig asiatische original gemachte rahmen das ist ein bilder rahmen ein bilder man weiß was du kannst wirklich jemand anderen verarschen leckeren bilder rahmen ist auch gleich ein bilder rahmen aber wo ist denn das ding und das wird nicht lustig was ich bin lustig ich weiß danke ich hab gesagt das wird gleich nicht lustig ich nicht warum nicht was passiert denn das werden sie sehen hier oben ist ein hinweis muss los die spider ist bei soltas sollen wir nach soltas nein okay wir gehen nach soltas nein okay ich habe gesagt ich gehe da nicht hin ich werde diesen ort nicht annehmen ja toll das ist eine halbige rennen ich hab nichts leises bei gekacken fliegt mir hinterher von rahmen ja ich war auch schon weiter weg von denen doch mal das sind so arschpilze arschpilze arschkekse ach kekse ach nicht was das ist ich will es auch nicht wissen ja wir können sie nicht ich stelle mir gerade vor wie aus dem äh hä kekse in arschform was ist zwar süß keine popo kekse hast du nicht gesagt du musst mir sagen wie ich mir die sachen vorstellen soll ich kann ja nichts dafür wenn du das ekelhaft vorstellst oder wenn ihr euch vorstellt wie pilze aus dem arsch schwarzen hast du dir vorgestellten form hat das was ich verstanden habe ja du hast keine kekse also arschlöchern hilfe hilfe wie gut die alkoholpralinen nein ich fahrt wirklich normal lustig nein man fährt bei windigen junder dann gehe ich mal wieder hier weg ja dann gucken wir mal was uns gleich hier schönes entgegen kommt oder wäre lustig wenn die durchs wasser rennen oder wenn es angegriffen durch den wasserspaß wir sollten warten bis sie im wasser sind ja die kommen da hinten 220 am zaun da kommt der nächste da hinten das habe ich gerade irgendwann gesehen ja die kommen einer kommt näher ich versuche ein bisschen hinterm baum zu verstecken rennen aber hinten weiter rüber über osten eher als ob die ja die gehen da hinten über osten irgendwo übers wasser müssen rüber als ob ja vor mir rennen die drei auf 60 haben gerade was weggeschlagen rennen über den weg da drüben einer schleicht jetzt gerade ich versuche mich gerade ein bisschen mehr zu verstecken sind zwischen den ruinen ja ich habe gerade einen im visier da komme ich so nicht hin ich habe da noch einen sound zwischen ich sehe ihn ich sehe gerade noch nichts denken die sind zu dritt pass auf die aus dem haus können auch noch nicht auf uns ballern ja bewegt sich lauter vor mir sie nur ein ich weiß nicht wo die anderen beiden sind was direkt vor mir direkt vor mir ganz hinten ist einer da da ist auch down hier da hat sich gar mit dem moti geprüft da hat eine schotty da hat ein hit habe ich ist down ja ja kann ich bestätigen ich hebe dich auf ja pass auf was im haus ist dort jetzt ja brauche ich mir doch keine Ahnung ranwerfen oder vielleicht doch vom silo da hinten ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß nicht ich habe einfach mal da oh ne da kann es nicht gekommen sein lootet ihr eben schon mal ne doch nicht ihr müsst die looten ich habe ja das ding ah ne von da oben von dem Ding da aus dem Loch raus oder nicht ja wo ich gerade markiert habe ja dann kriege ich dich nicht gelootet stop kriege ich dich nicht gelootet ne 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 das klingt alles gut wir treffen wir treffen wir treffen wir können auch immer noch welchem gewüsch rumgammeln ne passt auf ich weiß nicht wie viele hier auf einmal liegen ich habe den einen da am loch getroffen gehabt kann mir nicht gerade einen schuss näher an scheiße da in dem Fenster hier vorne ja komm ich habe ihn getroffen ja komm ich habe ihn getroffen ja ich habe ihn nicht das Fenster wurde zugemacht das Fenster wurde zugemacht wir müssen aufpassen die könnten uns von soldiers hinten weg snacken ja die vom Lenk kommen aber nicht ich gucke ich muss mal kurz jemanden weg sprengen wenn ihr special ammo irgendwo habt sagt mal bescheuert wenn ihr special ammo irgendwo habt sagt mal bescheuert man lasse das Fenster nicht mehr aufmachen ja meine ich ja vom Lenk die kommen also ich weiß nicht ja der hat durch so eine Nische geschossen ja die sind gleich schon da ja pass auf da oben irgendwo durch Nische durch du bist gleich aufgehoben mhm jetzt danke wir haben 50 Appel danach brauchen wir einen Bounty ja hier oben ist Heilung ja ja sind die jetzt zum Ausgang oder kommen die jetzt doch noch hierher oh ne gute Frage weiß ich nicht was wissen die selber noch nicht wären die schlecht wenn die herkommen würden ich glaube die kommen echt ja tschüss war gut und pass auf die kommen mhm mit dem Bounty ja die sind gleich da mach dir mal an dieser Tür eine Falle mhm und hier auch einfach dass wir die großen Türen hier so ein bisschen Schutz haben weil die sind nämlich gleich da immer noch ein bisschen sind wir noch ein bisschen außerhalb die sind immer noch draußen am Wasser rum die sind bis jetzt nicht mal auf unserer Seite ne jetzt kommen die gerade und jetzt kommen die näher mhm ja der eine ist jetzt ja der eine kommt immer näher und irgendwo ist ja der dritte noch mhm ja zeigt euch mal nicht so ich glaube die ich glaube die haben das gut die haben das gut die haben die Mücken wohl gehabt die haben die Mücken wohl gehabt der eine ist überm Wasser mhm einer kommt relativ nah der rechte ist da draußen irgendwo jemand rum auf dem Dach ist da einer da jetzt ist der hälfte Ritter gefallen scheiße sehe ich nicht war ne Frau mit Long Hair also Pferdelschwanz irgendwo auf dem Dach geht da oben ja mir kommen wir auch äh ok jemand von rechts kommt bei mir auf null mhm das ist das Bounty Typ ja ich habe Angst dass der noch Sicht hat garantiert hat nicht hat schon die hoch geschild mhm das denken mhm war da der war aber noch außerhalb oder ja ja der war noch außerhalb der war dahinten mhm eben eine heilung bohr sagt bescheiden ich habe heilung boll da war noch j mhm können sie es mal näher rankommen na klar was sind wir mitten im Raum ich habe doch einen Rotspritz wer einer will ja wir werfen was rein ja wir werfen was rein aufpassen ne hier sind Fallen ja ich glaube mir ist nicht ganz wohl hier drin weiß ich nicht ob ich gleich nochmal irgendwie raus will vor allem mit dem roten Fass hier drehen mhm was ist er doch weg die sind genau vom Haus gerade mhm einer ist sogar schon bei dem Boss da fast warte immer noch dass hier einer ran vorbeischleicht der brennt denn da noch der müsste ich doch fast sehen hier er hat ihn blitzen pf Pff vielleicht ein bisschen longe ich hatte keine Ahnung das wird nicht wär nochmal Die gammeln irgendwo nur auf Null rum und die anderen im Haus rum, da weiß man nicht, wie man da... Das hört ja auch, sich aufzubrennen. Wir haben da irgendwo ne Falle gemacht. Ja, irgendjemand ist ja auch down. Jetzt waren wir von kurzem mal down oder so. Hat nen Hit da oben? Das hätte doch der Kopf sein müssen, warum musst du nicht tun? Ja, ich hab da auch schon drauf geschossen. Zum anderen Ausgang, auf 285-300. Endlich. Hier besser durchgucken könnte. Ich hab mal auf das Fass geschossen. Nein, nein, nein. Ich hab besser gewartet, dass einer vorbeiläuft. Was hättest du sagen müssen? Da wurde wer... Draußen wurde wer erschossen. Das ist Bounty-Typ, der Bounty-Typ. Machen wir mal kurz drücken die Tür auf. Ja, da drinnen schießt einer. Wir haben hier so nen rechten Bounty. Geh mal rüber. Wargrun, willst du mit mir hier oben reinrennen? Achso, ich hatte grad versucht auch... Ich wollte grad umlaufen. Hier vorne... Hier vorne sind die. Zumindest einer sehe ich vom Bounty. Keine Ahnung, ob der liegt. Hier richtig wissen wir immer von... Zwei noch nicht, wo die sind. Weil die keinen Bounty haben. Jaaa... Jaaa... Unterm Fenster. Mit ner Slug-Munni. Echt so, dann links davon. Unten. Unten unter dem Fenster. Also... Also... Da wo du rauf guckst, dahinter ist er. Hier, dort, oder da? Da, aber im Fenster. Komm, ich kann da versuchen die Zone. Du bist ja halb da angeschwissen, oder? Die draußen rennen da rum. Ey, du brennst nicht. Weil ich bestrenne. Ja, jetzt. Ich hab dich nicht geholt. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Jaaa... Da ist einer. Hat ein Hit. Ich hab noch wieder einen Hilt, ich bin trotzdem tot. Ich bin mit einer Bart hier umgebracht worden, vier Meter. Muss man eben kurz ein bisschen regenerieren, weil sonst falle ich dann selber oben, wenn ich kann ab hier mehr... Oh Gott, ich höre die rennen. Ich höre die ja im Haus darin. Ja hier schleifen, hier schleifen und welche rum? Die schleifen. Alter, ich treffe sich ja und dann immer mit dem Scope. Der ist ja in der halben Hütte da drin. Oh, ich kann das irgendwo. Soll ich mal Mut nochmal holen? Der kommt! Der ist gegenüber uns in der Hütte drin. Na klar ist er da jetzt drin. Achtung, du stößt euch auf. Oh Gott. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ja, ich... Mein Gott, da ist noch jemand. Da sind zwei Stück. Ja, ich guck mal bei Ragunen. Marxmen. Bei Ragunen sind zwei. Hey, was? Da war doch nur einer. Nein, da sind zwei. Nein, da sind zwei. Einer mit einer Marxmen und einer mit einer Frau und einem Typ, glaub ich. Ich hab Holti. Ich hab Holti. Ich hab Holti gemacht mein Schöppich. Ach du Scheiße. Ich sag, hier sind ein paar. Der hat ihn wieder geholt. Danke. Das ist jetzt alles hier suboptimal. Du hast das. Möchte ich, Holti? Ich weiß nicht, wie viele Balken ich habe. Du kannst mich vielleicht wiederholen, wenn wir aufeinander schießen. Ja, ich warte hier auf so Wort. Die ist an meiner Falle gestorben. Ich wusste, dass die Falle noch so war. Oder hol mich vielleicht wieder. Oder hol mich vielleicht wieder. Mach mal. Ja, ich versuch's. Geil, die ist an meiner Falle gestorben. Du. Na komm, wir sind auch noch mal ran. Aber warte, ich muss, nee, ich muss doch schon mal kurz warten. Ich muss Apäre generieren. Raghun, aufpassen. Steiß, ich hab nur einen mitgenommen. Raghun, das war witzig, was mir da gefallen ist. Oh Gott. Oh Gott. Ich guck's mir da raus. Noch weiter. Auch was, Marcel, dein Leben. Ja, ich weiß. Noch, Mann. Das ist dann alles super optimal. Ich hab dir aber noch mal geschlagen. Entschuldige, wieder Mut. Ich kann einen Ragunis nur aus der Entfernung nicht mehr holen. Wieso, du hast da noch nen Bounty oder nicht? Ja, aber dafür muss ich rankommen. Oh. Da geht nur aus der Entfernung. Als Orb. Ich weiß nicht, ob da schon einer dumm lebt. Guck doch mit deinem Sicht. Ja, welche denn? Die 20 Minuten, die verbraucht man, um mich wiederzuholen. Kannst du mich wiederholen? Ja, jetzt kommen die. Ja, ja. Hä? Hilfe! Ah! Wuhu! Oh Gott! Hilfe! Oh nein! Schade! Ach, was? Neitro! Was war denn das? Einfach! Was war das, bitte? Alter! Einfach irgendwas Beklopptes. Oh nein! Das waren auch die letzten drei gewesen. Ey! Ich bin auch so blöd zum Zielen gerade. Ach, du warst schon unten gewesen. Du hast da einfach durchgeballert. So. Ey, wir haben sieben. Alter, das. Wir haben aber was jedem Team. Irgendwie was. Irgendwie was, oder? Ne, da wurde ich noch was gekillt. Schade. Ah. Was war denn? Ich hab drei Kills. Ja. War doch mal, ähm, ne interessante Runde. Auf jeden Fall ein bisschen was los gewesen. Also. Puh! Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ich hab jetzt auch nicht am Ende noch die großen Erfolgschancen gesehen. Jetzt hat die ganze Zeit mal wieder umgekippt. Und ich hatte da 50 HP in der Ecke. Ich wusste noch nicht, was ich machen sollte. Deswegen, wer jetzt Wort hat, wer jetzt was gewonnen wäre, wenn wir noch rausgekommen wären. Aber war trotzdem eine coole Hunde. Falls ihr genauso seid. Saat. Oder immer noch schaut. Vielleicht guckt ihr die Folgen einfach nochmal. Dann lasst gerne ein Like da. Abo und Glöckchen natürlich nicht vergessen. Und das nächste Mal zur Anschauung dann wieder einschalten. Tschüss. 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 Tschüss.